ja das ist der teaser zu meros einem neuen lied jetzt die land ist immer keine ahnung mittwochs hoch dienstag mittwoch land ist immer hoch das war jetzt dienstag ja und donnerstag 23 59 kommt ja die single offizieller teaser ich habe mir das ganze schon mal gegeben wir können uns einmal kurz zusammen anschauen wie gesagt es sei ein neues single spätestens morgen sowieso geleakt philipp leyen am start der spruch fickt alles du siehst ja meine klicks ich weiß nicht was diese teaser eigentlich immer sollen ich meine okay du weißt jetzt ungefähr wie sich das lied anhört aber eigentlich voll unnötig ich liebe es kommentare in youtube zu lesen also ohne scheiß aber auch in facebook oder so man liest sich den post oder so gar nicht durch von irgendwas du liest einfach immer die kommentare durch ist einfach immer das beste ist einfach immer ein muss mein kopf ist so gefegt ja mein kopf ist so gefegt und seit die roadie blick schieben sie so ein miesen blick schieben meine herren doch jub mich nicht ich lief ein hit du siehst ja meine klicks schieben siehst